Ich weiß, was ich an dem Verein habe und sie wissen, was sie an mir haben. Deswegen klappt es ganz gut. Natürlich ist es für mich eine Riesen-Ehre, zum zweiten Mal da zu sein. Ich bin sehr stolz, dass ich die Spieler spielen durfte und alle von Anfang an. Als Sportler will man jedes Spiel gewinnen und will natürlich in die nächste Runde kommen. Aber da müssen auch viele Sachen stimmen. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Glück. Es war auch eine nicht einfache Gruppe und deswegen haben wir alles probiert. Ich habe 100 Prozent gegeben von mir und es hat leider nicht gerecht. Natürlich nimmt man auch mit, dass man noch besser werden muss, sollte, noch an sich arbeiten soll. Aber das ist meine Mentalität, seit ich hier bin. Ich versuche, mich auf mich zu konzentrieren und jede Woche besser zu werden und bodenständig zu bleiben. Es war schon speziell vor dem Spiel und auch alles, das Stadion, die Fans. Und wenn man gegen Brasilien spielt, ist es schon nochmal ein Tick spezieller, die Spiele. Ich habe auch schon in Russland gegen Brasilien gespielt. Deswegen habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt. Man will das Spiel gewinnen. Wir waren eigentlich gut drin im Spiel. Und wie gesagt, Kleinigkeiten auf so hohem Niveau entscheiden. Ich bin schon länger dabei und denke jetzt nicht an irgendwelche Sachen, die ich machen hätte, hätte machen können. Und ja, das Tor an sich, ja, also die Flanke konnte ich irgendwie nicht sehen oder lesen, weil das irgendwie aus dem Gelenk, also Vinicius hat den Ball schnell reingespielt. Er hat nicht angetäuscht, dass er eine Flanke spielen will, sondern einfach mit dem Außenriss schnell gespielt. Und dann, genau, dann war das irgendwie auch ein unsauberer Kontakt eigentlich. Aber er hat sich trotzdem direkt an den Ball orientiert und hat ihn richtig gut reingemacht. Und wenn man das analysieren will, dann hätte ich auch noch näher dran sein können. Und ja, deswegen, aber trotzdem, es war ein Weltklasse-Tor. Man lernt auch mit den Sachen zu spielen und manchmal auch über die Grenzen zu gehen. Aber man hört auf die Physios, auf die Fachleute und wenn es manchmal nicht geht, dann geht es nicht. Aber wie gesagt, also ich finde, ich habe genug, also viel gespielt diese Saison und auch die letzten Saisons und fühle mich eigentlich jetzt so gut wie noch nie. Fürl ist ein Top-Spieler. Wir wissen, was wir an ihm haben. Aber wie gesagt, ich kann nur das kommentieren, was ich sehe. Und ich kenne ihn schon lange und er hat hart gearbeitet und verdient. Und in dieser Situation ist er gekommen, durch harte Arbeit, nicht durch Zufall. Und deswegen, ja, hoffentlich bleibt er bei uns und hilft uns weiterhin Erfolge zu feiern. Und man spricht nicht darüber, genau, weil man will, dass er sich auf Werder Bremen konzentriert. Und genau das macht er auch. Deswegen, ja, ist auch nicht jetzt der Jüngste. Er ist schon länger dabei und deswegen ist er auch professionell genug, um mit ihm umzugehen. Und hat er auch schon in der WM gezeigt und vor der WM, als viele darüber geredet haben, ist cool geblieben und hat seine Leistungen gebracht. Und genau das hoffe ich, wird er weiterhin machen. Ich bleibe einfach ruhig und von Woche zu Woche arbeiten. Und jedes Spiel, ja, 100 Prozent geben in jedem Training. Und einfach, ja, nicht zu weit nach vorne schauen. Und wie gesagt, an mir arbeiten und die jungen Spieler mitnehmen. Ich habe mir nichts Großes vorgenommen, sondern einfach, ja, meine Leistungen zu bringen. Und hoffentlich kann ich mit meinen Leistungen dem Team Siege bringen und so weiter. Ich bleibe, ich bleibe dabei. Ich glaube, jetzt verändere ich nicht mehr meine Mentalität und Meinung. Genau, ich arbeite hart und es hört sich langweilig an, aber es ist einfach meine Einstellung. Ich versuche, dem Verein zu helfen. Und ich weiß, was ich an dem Verein habe und sie wissen, was sie an mir haben. Deswegen klappt es ganz gut. Ja, ich glaube, jedem ist bewusst, dass wir jetzt nicht den Kader von Bayern München oder Leverkusen haben oder Leipzig. Aber ich finde, in der Hinrunde haben es trotzdem die jungen Spieler, die, wenn sie mal reingekommen sind, und, ja, haben ihre Chance genutzt. Und deswegen müssen vor allem, ja, die auch bereit sein, in der Rückrunde einzuspringen. Und ich habe vollstes Vertrauen in sie und in die Mannschaft. Und deswegen natürlich ist es immer gut, wenn jemand Neues kommt und uns weiterbringt. Aber ja, es sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen kann man da nichts groß beeinflussen, sondern muss sich auf das fokussieren, was man hat. Also, wie gesagt, ich habe das schon mehrmals gesagt, dass ich Medien und alle Sachen ausblende und schon lange eigentlich, und dass ich das nicht mitbekomme. Natürlich, nach dem WM Aus, wenn man dann nach Serbien geht ins Dorf, dann bekommt man alles mit ein bisschen. Und dann redet man auch darüber und so weiter. Aber das gehört dazu, zum Fußball, zum Geschäft und, ja, wie in guten und wie in schlechten Zeiten.